Hallo zusammen, hier ist wieder euer Rigman. Ich bin zurück mit einem neuen PSA Submission Video, also unsere Group Submission für Anfang Oktober. Und wir fangen mal an mit dem guten Dennis. Und der Dennis hat drei Karten eingereicht. Und da haben wir einmal Cole Anthony mit dem Purple Scope und die sollte auf 38 sein. Jawohl. Dann haben wir Ayodosumo mit dem Black Velocity auf 39. Super sticker Karte und Evan Mobley mit dem Recon Rookie Signatures auf 35. Blue Parallel. Sehr schöne Karten, lieber Dennis. Dann machen wir weiter mit dem guten Tom. Und der Tom hat eingereicht. Einmal Franz Wagner mit dem Stainless Stars On Metal Card Autograph. Die ist auf 75. Sollte ebenfalls das Blue Parallel sein. Muss ich nochmal genau nachschauen, aber sieht eher Blue aus als Purple. Und dann kommen wir zum Tobias. Der Tobias hat eingereicht Jaden McDaniels. Und das ist einmal Electric Edge Yellow. Das Ganze auf 10 aus Obsidian. Rookie Karte. Und dahinter ist Jaden McDaniels mit dem Elephant. Premier Level aus Select. Case It. Super nice. Retail Case It. Der Elephant. Also zwei sehr, sehr schöne Karten. Dann haben wir den Florian mit einer Franz Wagner. Kann nie genug Franz Wagner-Karten in der Submission geben. Der sind dann tatsächlich relativ viele drin, muss ich sagen. Ist einmal das Base Parallel Gold auf 49. Und aus dem Packable. Dann haben wir den guten Erik. Und der Erik hat zwei Football-Karten eingereicht. Und wir haben zwei Football-One-of-Ones des Goats Björn Werner hier im College-Jersey. Ultimate-Rookie von Upper Deck. Und dann nochmal New Generation One-of-One Panini Certified aus 2013. Superschönes Ding. Zwei superschöne Karten. Schöne PC auf jeden Fall so. Zwei Werner One-of-Ones. Dann haben wir den Carsten und den Lasse. mit erstmal Scotty Pippen. Immaculate Standard. Also auf 75. Ein Stück Jersey. Und es ist Game One-Material von Scotty Pippen. Sehr, sehr cool. Super nice Karte. Und dann haben wir Chris Doherty mit dem Green Origins On-Cut Autograph auf 5. Leider die eine Ecke oben ein bisschen gedamaged. Aber Origins ja immer in einem sehr, sehr miserablen Zustand. Ich habe die gleiche von Franz Wagner. Also gefällt mir sehr gut das Set. Und dann machen wir mal weiter mit dem Joshua. Joshua hat eine Karte eingereicht. Und zwar ist es Silver Field Level Najee Harris. Die Field Level ist ja dieses Jahr Hobby-Exklusiv. Also ein bisschen rarer der ganze Kram hier. Und dann haben wir den Barisch mit dem Kenny Pickett Pen Pulse. On-Cut Autograph. Kenny Pickett ja jetzt auch ein bisschen gespielt für die Steelers im letzten Spiel. Ich weiß nicht, wann das Video veröffentlicht ist. Vielleicht war es da schon das zweite Spiel. Und dann haben wir den Manuel. Den Manuel mit Mac Jones mit dem NFL-Debüt. Moseik Silver. Und Aaron Rodgers mit dem Genesis Case Hit. Hier mit der NFC-Variante. Und dahinter ist Patrick Mahomes mit dem Bang Blue Fluorescent. Und die ist auf 15. Mega, mega nices Ding. Richtig, richtig sicke Karte. Und ich glaube, diese Karten waren alle aus einem Pack tatsächlich. Oder aus einer Blasterbox. Aber ich denke, nee, das müsste ein Cello-Pack gewesen sein. Also ein Cello-Pack hier das ganze Wahnsinn. Glückwunsch nochmal Manuel. Richtig, richtig gut. Und dann haben wir den Jens. Und der Jens hat ein bisschen Vintage hier. 1995 Hot Numbers. Dennis Rodman. Sehr, sehr coole Karte. Lentikular. Und noch mehr Dennis Rodman. Aber diesmal müsste es 2015 sein. Einmal Ruby Wave. auf 350. Genau, 2015 ist es. Und dann noch Flash Prism. Und dann haben wir zu guter Letzt Alan Iverson mit dem Tie-Dye Autograph auf 25. Ausselect 2020. Weiter geht's. Mit dem guten Stefan. Und der Stefan hat eingereicht. Supernova. Kevin Durant. Electric Edge Green. Die müsste auf 25 sein. So sieht's aus. Dann haben wir LeBron James mit dem Shark Toss. 2008 Tops. Die Base-Variante. Und sehr, sehr cooles Ding. Eine Mini-Karte. Der Wonte Adams Rookie. Packers Rookie. Auf 150. Von Tops. Richtig, richtig coole Karte. Gefällt mir sehr gut. Mega nice. Und dann haben wir den Gerald. Und der Gerald frisch letzte Woche im Break gezogen. Die Kate Cunningham. Das Playoff-Ticket auf 99. Und dann gab's noch ein paar weitere. Einmal Terry's Halliburton mit dem Gold Schimmer auf 10. Mega nice Ding. Aus Flux. Dann haben wir noch ein bisschen Vintage. Michael Jordan. Metal Universe. 1997. Und Sion Williamson mit dem Purple. Second Year auf 99. Purple Prism. Das ist natürlich auch ein mega breit hier. Elephant. Retail Case Hit. Select 2020. Auch Second Year. Sion der Elephant. Und zu guter Letzt eine Kate Cunningham. aus dem diesjährigen Blas dann. Einmal die Eis-Variante. Einmal die Cracked-Eis-Variante. Viel Glück auf jeden Fall, lieber Gerald. Dann haben wir den guten Tino. Der Tino hat eingereicht. Einmal Kate Cunningham. Electric Edge Green. Rookie Jersey Autograph. Auf 25. Mega, mega nice das Ding. Sehr schön. Die 18 von 25. Und dahinter ist Jalen Sucks mit dem Donruss Autograph. Gefolgt von Scotty Barnes mit den First Steps. Und die ist auf 25. Also Sapphire hier. Richtig, richtig nice. Und Lamello Ball mit dem Press Proof. Auf 3,49. Press Proof müsste Holo Silver oder sowas in der Art genannt werden. Und dann haben wir den guten Chris mit ein paar Kevin Durant-Karten für die PC. Und da haben wir einmal ein Fearless. Mojo auf 25. Richtig, richtig nice Karte. Die Holo Gold auf 5. Panini Black bei mir auch gezogen im Break. Super nice das Ding. Dann haben wir eine Hoopla. Hoopla Artist Proof Gold auf 10. Mega schick. Und Jalen Sucks mit dem Optik Holo. On-Cut Autograph. Auch super nice. Und Jalen Green mit der Optik Holo. Also ein paar sehr schöne Karten auch von Chris. Auch hier die Daumen gedrückt. Aber bei dir läuft es eigentlich meistens sehr, sehr gut was die Grades angeht bei den Karten die du einreichst bei mir. Und dann haben wir noch ein paar herrenlose Franz-Wagner-Karten. Und das ist einmal das Rookie-Ticket. Und dann haben wir XR Purple auf 49. Und ein Red Crusade Rookies and Stars auf 149 müsste das Ganze sein. Genau. Also auch hier viel Glück. Und dann kommen wir zu meinen Karten die ich einreiche bei dieser Submission. Und... Oder bei diesen... Ja, bei dieser Submission sind natürlich alles unterschiedliche Service-Level. Ähm... Ein bisschen Franz Wagner. Und das ist einmal das Clear-Ticket. Also hier Acetat. Kann man mit dem Finger durchsehen hier hinten. Super Short Print. Sehr, sehr schwer zu bekommen. Nices Ding auf jeden Fall. Dann haben wir das Finals-Ticket auf 49. Und... Das Playoff-Ticket auf 99. Und auch nochmal das Rookie-Ticket. Die Standard-Variante. Wie wir eben schon gesehen haben. Und damit habe ich den Rainbow nenne ich es mal in Anführungsstrichen. den Franz-Wagner-Contenders Rookie-Ticket oder Rookie-Autograph Rainbow komplett. Außer die drei One-of-Ones, die zu haben sind. Interessanter Aspekt ist auf jeden Fall, dass ich alle drei One-of-Ones theoretisch hätte haben können, wenn ich irgendwie das nötige Kleingeld dafür hätte. Aber das haben sich dann auf jeden Fall irgendwelche anderen Rich-People geschnappt. Aber wir werden sehen, was passiert im Laufe der nächsten Jahre. Vielleicht wird es dann doch nochmal irgendwann die Möglichkeit geben, an diese drei Karten ranzukommen. Müsste einmal die Gold-Schimmer One-of-One sein aus First of the Line und das Championship-Ticket ist die One-of-One und die reguläre One-of-One und dann gibt es noch eine Gold-Vinyl One-of-One. So, wir machen weiter mit Pen Pulse. Pen Pulse ist auf, hier die Pen Pulse Purple auf 25 und dann nochmal die Pen Pulse Blue auf 35. Dort fehlen tatsächlich jetzt auch nur noch die Pen Pulse Red auf 49. Also, wenn ihr die habt oder was seht, gerne Bescheid sagen. Und dann haben wir, und dort habe ich auch schon die One-of-One tatsächlich und dann haben wir den guten Dirk mit einem Historic Rookie-Ticket On-Card Autograph. Sehr, sehr schönes Ding und das war es dann auch schon für dieses Submission-Video. Also, Leute, wenn euch das gefallen hat, gerne Likes da lassen. Wenn ihr selbst mitmachen wollt, gerne auf RickmanBreaks.de mal vorbeischauen, gerne Abos da lassen, gerne Glocke aktivieren, folgt mir auch gerne auf Instagram und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Rickman von Rips.